Hi, zu einem weiteren Wetzel und Quickie, ich bin Knut und versuch, naja, praktische Schaltungen einfach zu erklären. Letzte Woche hatten wir uns ja mal eine geheime 2x2 Tür angeschaut, das habe ich übrigens oben rechts nochmal verlinkt, für alle, die es noch nicht gesehen haben, und es gab noch ein Problem damit. Als wir die Tür zusammen aufgebaut haben, musste man hier oben einen Knopf hängen lassen, beziehungsweise einen Schalter, den man betätigt, damit die Tür aufgeht, man konnte durchgehen und wieder rausgehen, allerdings ist der hängen geblieben, man konnte den nicht abbauen, dann wäre die Tür wieder zugefallen. Dazu habe ich ja gesagt, dass ich noch einen Mechanismus einbaue, der das Ganze dann auch, naja, verbessert, sodass die Tür automatisiert wieder zugeht und man sie wieder öffnen kann und keiner mitkriegt, dass hier eine Tür ist. Dazu können wir mal hier unten einen Schalter platzieren und wenn ich den betätige, kriege ich den erstens wieder ins Inventar, kann hier durchgehen und die Tür schließt sich automatisch hinter mir. Das Ganze passiert natürlich auch von dieser Seite wieder, wo der Schalter nicht abgebaut werden muss, das wäre ja blöd, der soll ja hängen bleiben. Ich kann die Tür öffnen, durchgehen und die Tür schließt sich wieder automatisch. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie das Ganze aufgebaut ist und ob das eine fürchterlich komplizierte Redstone-Schaltung ist, aber eigentlich ist das Ganze ganz einfach. Das sind zwei Segmente, einmal das hier, was dafür verantwortlich ist, dass die Tür nach einer gewissen Zeit schließt und einmal das hier, was dafür verantwortlich ist, dass der Knopf wieder aus der Wand springt. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Mechanismus, den man auch noch für andere Sachen verwenden kann, genauso wie dieses Teil hier, weil das automatisiert auch noch so eine Art Schalter, also so eine Art Status, den man beibehält. Das zeige ich aber alles gleich nochmal im Detail und ja, da werden wir uns wiedersehen. So, ich habe den ganzen Mechanismus hier nochmal aufgebaut. Relativ wichtig ist gleich am Anfang zu sagen, dass das Ganze an so einer Ecke gebaut werden muss. Wer sich daran erinnert, bei mir war das zufällig so bei der Tür und hier ist es eben halt auch so. Wenn ich jetzt die Tür mit dem Schalter beheble, dann öffnet sie sich, aber sie schließt sich nicht mehr und das war ein bisschen das Problem an dem letzten Bild, den wir so hatten davon. Und das werden wir jetzt ändern, dazu habe ich einige Sachen vorbereitet. Ich habe die Materialien, die brauchen, schon mal zusammengepackt hier. Wir brauchen eigentlich nur einen Redstone-Block, zwei normale Kolben, zwei klebrige Kolben, soll ich übrigens Pistons sagen? Ich weiß mal nicht, Kolben hört sich immer so komisch an. Und einen normalen Holzknopf. Und dann brauchen wir ein bisschen Redstone, ein paar Verstärker, ich habe jetzt mal einfach ein paar hier reingeworfen, ihr werdet nicht ganz so viele brauchen. Und noch ein paar Steine, in dem Fall habe ich noch eine zusätzliche Motze drin, aber man kann jeden Stein nehmen, den man möchte, um das Ganze ein bisschen aufzubauen. Wobei ich da auch einige Sachen schon zu vorbereitet habe. Das werden wir den Mechanismus oben umbauen und dazu müssen wir einmal da rauf. Dazu muss ich sagen, im letzten Video hatte ich vielleicht vergessen zu erklären, dass man diese beiden Redstone-Verstärker am besten umstellt. Und zwar von der Grundposition zweimal klicken auf diese hier, damit das ein bisschen besser funktioniert, wenn dieses Signal aktiviert wird und sich der hier zurückzieht, um die Tür vorne freizugeben. Das heißt, damit der Block zurückgezogen wird und danach erst die anderen beiden gepowered werden, um die beiden Blöcke dann wieder zurückzuziehen. Das heißt, oben die Redstone-Verstärker einmal ein bisschen umstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es erzählt habe, aber jetzt nochmal eben so als Info. Jetzt fangen wir an, hier oben etwas umzubauen. Dazu nehmen wir unsere Fackel, die das ganze System bepowert, damit es an ist, also damit die Tür sozusagen an ist. Setzen sie hier oben hoch und dazu habe ich hier eine kleine Treppe gebaut, um ein Signal von unten hochzuführen, das jetzt unseren Schalter vorne ersetzen soll. Die Fackel sitzt da oben, hier vorne kommt ein Redstone vor und zack, das System ist an, die Tür ist wieder zu. So, soweit ist gut erstmal. Von der Fackel aus setzen wir jetzt ein Signal runter, aber hier muss man aufpassen, dass man nicht aus Versehen das System hier unterbricht, korrumpiert. Das heißt, hier wird einmal ein Redstone-Verstärker gesetzt und aus Sicherheitsgründen setze ich hier auch nochmal ein, ich möchte keinen Ärger wieder mit irgendwelchen Bugs haben an den Kolben. Von hier aus geht jetzt das Signal einmal runter und jetzt haben wir es unten und hier können wir dann gleich weiter aufbauen. Das heißt, es geht hier los mit unserem Knopf, der das ganze starten soll und den schauen wir uns jetzt als erstes an. Dazu geht man hier in die Ecke, das heißt, hier ist meine 2x2-Tür, ganz genau hier vorne und allerdings daneben baue ich jetzt erstmal einen Block aus und hier oben drüber müsste man schon den Pisten sehen. Ja, da ist er. Und unter den Pisten, da hatten wir die vier Blöcke gesetzt, davon kann man zwei wegnehmen und hier hinter kann man jetzt ein Signal langlaufen lassen. Das heißt, Redstone nehmen, zack, zack, wenn ich hier einen Block setze und dahinter den Knopf und den Knopf betätige, dann, ja, man kann es ganz schlecht sehen. Gucken wir uns was von der anderen Seite mal an, jetzt machen wir hier noch ein bisschen mehr Redstone und betätige das Ganze. Dann läuft das Redstone-Signal hier hinten raus und man kann es benutzen. Jetzt müssen wir als nächstes den Knopf wieder verschwinden lassen, damit er nicht ewig an der Wand bleibt und damit er wieder rausbohren und uns in die Hand gedrückt wird, sozusagen automatisch. Dazu müssen wir hier einen klebrigen Kolben hinsetzen, einen Sticky Pisten, um genau zu sein, hier vorne vor. Und der soll gleich einen Block aktivieren, der den Schalter wegdrückt, denn wenn ein solider Block hier vorne vorkommt, werden alle möglichen Redstone-Sachen, die wir da hinstellen, weggedrückt. Und, ja, diese normalen Entities spawnen uns dann ins Inventar wieder. Das heißt, da den knäbigen Kolben, hier vorne setze ich wieder Blöcke rauf, hier könnte ich auch gleich einen Block draufsetzen und jetzt müssen wir das Ganze noch verkabeln. Am besten geht das, indem man hier einen Redstone-Verstärker hintersetzt und den so auf 1 stellt und jetzt das Ganze mit Redstone verbindet. Ich verbrauche hier ein bisschen viel Platz, aber so funktioniert das mittlerweile am besten. Wir können das aber auch nach hier verlagern und den da auf einstellen. Das müsste auch gehen, dann haben wir auch ein bisschen weniger Platz, damit Redstone verbraucht und jetzt müsste der Knopf einfach wieder zurück in unser Inventar kommen. Ja, das hat funktioniert. Zack, kein Problem. Ist übrigens eine saugeile Mechanik, also kann man auch für andere Sachen verwenden. Jetzt haben wir das erste Problem schon mal gelöst. Der Redstone-Verstärker ist relativ wichtig, ich weiß nicht genau warum, aber auf meinem Server gibt es ein bisschen Probleme, wenn die Dinger zu schnell aktiviert werden. Das heißt, wenn der weg wäre und da einfach nur das Signal rein und wieder zack, wieder weg wäre, dann würde der sich zwar zurückziehen, aber den Block manchmal nicht zurückziehen, dann würde der hier stehen bleiben. Das ist irgendwie doof. So, jetzt kommen wir zum zweiten und interessanten Part. Dazu bauen wir so einen kleinen Switch auf, der das Signal eine gewisse Zeit lang speichert und damit unsere Tür für eine gewisse Zeit lang öffnet. Ich zeige das Ganze ganz genau, es ist echt ein bisschen schwierig zu erklären. Wir brauchen erstmal zwei normale Kolben, setzen die so hin und setzen hier einen Block ran. Ich habe das jetzt hier ein bisschen eng gebaut, ich werde es auf der anderen Seite rausbauen. Wie gesagt, ihr könnt da immer ein bisschen Platz sparen. Das heißt, wenn dieser Block nach da geschoben wird, dann soll ein Signal von hier aus losgehen. Das führe ich jetzt mal hier hinten einfach großzügig lang und soll danach da reingehen und unsere Tür öffnen. Ja, erstmal nur öffnen. Das heißt, das Signal da oben unterbrechen und die Tür öffnen. Jetzt können wir hier noch von unserem Knopf aus ein letzten Signal hier langlaufen lassen und machen das Ganze wieder genauso wie bei den anderen. Setzen hier einen Repeater, den ich einmal drücken werde. Und jetzt sollte das Ganze schon gehen und die Tür sollte aufgehen, aber sollte sich nicht mehr schließen. Denn wir haben noch keinen Schließmechanismus eingebaut. Der kommt gleich noch. Ich drücke das, Knopf geht zurück. Okay, Tür hat sich nicht geöffnet. Müssen wir mal schauen, warum das Signal geht los. Es ist, ja, die Leitung ist zu lang. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Das heißt, unser Signal verliert hier ganz genau die Energie. Ach, wie unglücklich. Es müsste nur ein weiter sein und es würde funktionieren. Das heißt, ich habe hier ein bisschen zu viel Platz mir geklaut. Allerdings müsste es jetzt tatsächlich klappen. Zack, 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 zack. Energie kommt rein und die beiden sind falsch rum. Clever. Sehr clever. Das heißt, es hätte eben wahrscheinlich auch schon geklappt. Ich habe oben die Repeater falsch rumgesetzt. Und jetzt geht das Ganze. Jetzt ist die Tür schon mal offen. Zurück. Und jetzt müssen wir sie nur noch schließen. Und dann sind wir schon durch damit. Das ist also, wie gesagt, relativ einfach. Der Mechanismus, ich erkläre dir nochmal ganz kurz, funktioniert so. Das Signal kommt von hier, von unserem Knopf. Geht da rein. Der schiebt das mit dem Kolben nach da. Und dadurch können wir hier ein Signal lang laufen lassen, das dann da hochführt. Jetzt müssen wir das Ganze aber auch wieder ausschalten. Und dazu müssen wir ein zweites Signal in unseren anderen Kolben setzen, der den Block wieder zurückschiebt. Und so kann man ihn immer wieder aktivieren, wieder deaktivieren. Jetzt habe ich das Signal hier lang laufen lassen, anstatt hier lang. Das ist ein bisschen gefährlich, weil ich jetzt ein bisschen wenig Platz hier habe. Allerdings können wir das andere Signal auch von, ja, ich glaube von hier aus laufen lassen. Müssen wir mal gucken, ob wir das tatsächlich nicht hinkriegen. Das heißt, ich habe jetzt einfach einen weiteren Repeater hingesetzt, setze die alle auf drei, die von hier kommen. Den auch, den auch und den hier auch. Setze das Ganze nochmal ein bisschen höher, damit wir hier hinten Platz haben. Da hinten auch ein Repeater ran. Zack, zack. Und das Ganze noch ein bisschen nach hinten gesetzt, weil das muss ich hier gar nicht machen. So. So. Und jetzt ist es schon fertig. Ich erkläre es kurz einmal. Wenn unser Signal vom Knopf reinkommt, zack, 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 geht es hier hinten runter. Aktiviert einmal den, der den Block nach vorne schiebt. Und danach geht das Signal hier ganz, ganz langsam verzögert durch. Immer durch einen Repeater. Durch den nächsten, durch den nächsten, durch den nächsten. Die Tür ist schon lange offen. Durch den nächsten, durch den nächsten. Geht hier hinten rum. Und geht auch nochmal hier durch. Und schiebt das Ganze dann wieder zurück. Das Ganze ist eben halt zeitversetzt, was ziemlich cool ist. Und eben halt die einfachste Lösung dafür. Also, kein Problem. Und wenn wir es jetzt aktivieren. Jetzt ist die Tür natürlich wieder offen, weil wir es gerade erst aufgebaut haben. Zack, zack, geht die Tür auf. Und sie geht wieder zu. Wow. Das ist ziemlich cool. Erst geht die Tür auf. Und jetzt geht sie wieder zu. Das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal da an. Wenn ich mich ein bisschen beeile, schaffen wir es auch. Oh, da läuft das Signal durch. Und es schiebt den Block zurück. So. Hier, zack, 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 zack. Und wieder zurück. Ja. Ziemlich cool. Funktioniert relativ gut. Und wie gesagt, wenn der Block dahin geschoben ist, muss hier ein Signal rausgehen, das dann hier hochführt. Hier an unseren Kopfbereich, der ganzen Konstruktion und dann hier unten runter. So haben wir das am einfachsten zumindest verbunden. Und hier immer schön aufpassen, dass sich die Redstone-Signale, dass sich die Strahle nicht kreuzen. Dass sich die Redstone-Signale nicht überlagern. Es ist auch ein Problem zu lösen. Die, die aufpassen, werden es auch schon wissen. Wenn ich jetzt hier reinlaufe und drin bin, wie komme ich da wieder raus? Das haben wir bis jetzt noch gar nicht, äh, ja, noch gar nicht uns drum gekümmert. Dazu kann ich einfach hier vorne einen ganz normalen Knopf setzen. Und wenn der hier unten ist, blockiert er auch keine anderen Signale. Allerdings läuft hier unter irgendwo die Steuerung für den unteren Bereich. Deswegen muss hier vorne ein Repeater hintergesetzt werden. Und die routen sozusagen das Signal von hier nach da durch. Und, ähm, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Aber wir kriegen das alles hin. Zack, zack. Das heißt, ich lasse das Signal von dem Knopf hier durchlaufen. Dann hier umschwenken. Und es macht auch nicht unser Signal hier kaputt, weil der Repeater nur in die Richtung geht und von hier kein Signal annehmen kann. Und dann läuft das Signal hier zu und öffnet da oben unsere Tür. Das ist ziemlich cool. Hier muss man ein bisschen schnell sein mit dem Durchlaufen. So, also wir benutzen jetzt hauptsächlich den Knopf dazu, um das Ganze zu öffnen ohne Verzögerungssignal. Ähm, das ist ein bisschen einfacher. Allerdings könnte man das Ganze natürlich auch in das Verzögerungssignal leiten. Das wäre auch kein Problem. Ähm, da würde bloß der Knopf da vorne nochmal rausgeschossen kommen. Probieren wir das auch nochmal aus. Jetzt können wir ganz langsam lockerflockig durchgehen, weil das eben halt mit dem ganz normalen Signal geöffnet wird. Ja, das sind die beiden Sachen, die ich damit zeigen wollte. Und ich glaube, das ist ganz cool geworden. Hier, das hier ist eine sehr, sehr geile Funktion. Daraus kann man noch allen möglichen anderen Kram bauen. Auf jeden Fall aus diesem zeitgesteuerten Flipflop. Man kann natürlich auch ein richtiges Flipflop daraus machen, ähm, dass dann immer den, das Signal eben halt immer hin und her switcht. Ist ja cool. Und ja, das ist meine Kreation der 2x2-Tür. Wie gesagt, wer das schon kennt, okay, cool. Alle anderen würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ähm, das bringt mir sehr viel. YouTube liebt das und lasst mir gerne Kommentare dazu da. Und falls ihr auch Ideen oder Fragen habt zu Redstone, gerne ab in die Kommentare damit. Ich kümmere mich da drum. Und, äh, dann kann ich nur noch sagen, abonniert den Kanal für mehr oder eben halt für Mod-Tutorials oder meine Themenvideos, die sehr interessant sind. Und schaut auch auf jeden Fall die anderen Videos hier, die ich hier jetzt direkt verlinkt habe. Auch mit Redstone ziemlich cool gemacht. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine richtig geile Zeit. Ähm, euer Knut. Bis dann. Tschaui! Tschaui!